Was? Ja. Schön. Hm. Ja, ne? Okay. So. Wir sollten jetzt mal gucken, welche Drachen wir hochziehen. Eigentlich sollte man als allererstes die Radrachen wirklich auf dem Maximum bringen. Aber man kann auch alle, so gut wie es geht, erstmal hochzubringen auf dem Video. Genau. Auf dem Video, wo wir sind. Auf dem Level, wo wir sind. Halt. Was? Wollt ihr alle essen? Ja. Ja. Gut, dann schauen wir mal draußen. Du wirst essen. Ja, geht echt gut. Apropos das hier. Das ist so ein, ähm, ja, weiterer Pass. Kann man sich holen, muss man nicht. Aber ich würde es nicht empfehlen. Na gut, es gibt auch eine geile Statue. die Darts-Statue. Die Darts-Statue. Ähm, ja, aber... Ich würde es nicht machen. Weil... Erstens... Bringslicks. Und zweitens... Warte, wie viel kostet der? Boah. Ja, okay. Das ist durchqualten. Sag ich mal. Hoppigaloppi. In drei Videos wieder. Aber erstmal fangen wir wieder an mit... Aufstieg von Bergvideos, ne? Natürlich versuchen wir auch hier weiterhin... den... Schlumpf hier... freizuschalten. Ja. Kostet 4.000. Der Spaß. So viel haben wir natürlich nicht. Aber... Ähm... Nachdem... Ich könnte ja... nachher nochmal losschicken. Ich bin ja noch ne Beine wach. Ja. Auch mein Hauptaccount... Oh, lecker. Cool. Auf mein Hauptaccount bin ich ja sehr weit, ne? Ich glaube, das wisst ihr. Ich bin jetzt bei 65... 165... Kann ich jetzt meine Drachen... Ich mach mal ein bisschen leiser. Äh, die... Ja, Drachen trainieren halt. Du brauchst ja auch Schmackers. Natürlich muss man auch bedenken... Wenn man die dran hoch trainiert, dass man... Äh... so viel Futter hat. Ja, ne? Ja. Ja. Aber... Das mit dem Futter ist immer... so ne Sache. Ja. Man muss ja natürlich auch die richtigen, ähm... Drafen dafür haben. Die gut sammeln. Ja. Ja. Komm, wie willst du dich nicht mal? Ja. Musst du nicht... da noch aufgehen? So. Ja. Bist du jetzt verrückt oder was? Hast du es gefüttert werden? Alter, was mit euch los? Das hat man nicht gefüttert damals. Hm. Naja. Ich wollte erst mal auf die 8000... Warte, wie viel kostet die? Ich glaube, die müsste 8500 kosten. Das ist die Umstandung. Ja. Die müssen wir auch weitermachen. Warte, wie viel bekommt man pro Tag eigentlich? Nicht so viel, ne?